moinzen und hallo und willkommen zu einer weiteren folge von args weil wir wohnen sorry dass die letzten zwei tage nix von mir gekommen ist ist was dazwischen gekommen ja smoker ist bei mir war dort so wie schon gesagt sorry die nächste dass das die letzten zwei tage nix gekommen ist mir was dazwischen gekommen privater natur peinlich aber passt schon habe ich das gericht gesehen die gibt es frische nee dass man plötzlich hast du hast du auf den frosch getreten ich glaube da wäre bei dem gewicht wo ich darauf reite platt kommt nicht ein baum ist irgendwie kommt er nicht rum hier das ist ja manchmal sind so diese kleinen jucca-palmen weißt du auch süß weil der ist auch niedlich weil da ich mit mir anlegen gucke mal 0 ok da hinten ist ein korne also was waldrodung betrifft ist der rex ziemlich gut ja jetzt kommt ein riesenwitz die rapturen haben angst vor meinem spino ok greifen näher an null ich stehe direkt neben denen es interessiert ihn was denn eigentlich mit dem korn hier drüben das ist es was habe ich moment habt ihr das jetzt gerade gesehen leute was denn so ein kleines flug fies und sind so der neu dazugekommen ist der dino und eine libelle haben gerade ohne probleme in korn gemacht wie soll man das gesehen nee ich meine jetzt eigentlich an meine leute gerichtet weil das ist eigentlich unvorstellbar da frage ich mich echt wenn der korn level 1 zum beispiel ist und die anderen fischer was ist schon wie hoch und die kaffee der grafik füller pappbäume liegen auf dem boden oder die rapturen die interessieren sich für mich gar nicht das mal cool so da komme ich meine richtung eurer richtung angeschossen aber langsam mal diese kleinen fehler ausmachen noch mal auf der korte luken wir sind jetzt platz 30 und long ungefähr fünf sechs ja komm ich gleich das ist ja ja kleine flug sauer war level zwei ok da ist das mir hinterher geschissen zwar das einzige viel was wir konnten da gewackelt kann da gehen wir weg schildkeit ist ist mir gerade sicher blau so nicht die bäume aneinwürmer weizen das sieht gut aus hier ist so eine ort schlucht wollen wir doch mal lang gehen klar gucken ja die schlucht in unbekannt oder oh hier liegt ein ei das ist eigenartig ein steckerei naja klar diese klein ist sicher bei rex ist sogar draufgegangen ich konnte nicht mehr aufsteigen Tuffy, bist du noch bei uns? Nö. Wirklich. Komm, wir sind mal gerade runter, so. Außer musst du doch gehört haben. Ja, jetzt hinter uns. Ich bin noch hinter euch. Bleiben wir mal. Ich muss immer einen drümpeln. Warte mal. Inventar, zeig mir mal dein Inventar. Oh Gott, oh Gott, viel zu viel Fleisch. Viel zu viel Müll. Ich schmeiß gleich das ganze Fleisch raus. Bis auf das Rezept und Drop All Items, so mein Dino hat nichts mehr zu fressen, der muss auch Hunger. Das können wir nicht machen. Dann muss man schnell mal was zu fressen. Ich habe eine Holz bei mir und eine Holz. Ich glaube hier, dass ich so langsam bin. Entdirekt. Ein Skorpion gegen zwei Triceratopsen. Alter, wir sind ein Haufen Müll, ey. Was du alles mit dir rumschleppst. Ja, wenn ich die Bäume fälle, sammle ich den ganzen Krempel der Raum mit auf. Okay, ob ich es gegen den schaffe? Also ich bin jetzt im Fluss dort unten. Oh, ich bin ein bisschen zu weit gerade. Aber das will ich jetzt noch testen. Ich muss da hoch. Ich will da hoch. Geht's da nicht lang oder was? Doch, doch, doch. Ich will einfach nur hier hoch. Das ist... Hat nichts zu bedeuten. Ich will nur hier hoch. Ich bin da hoch. Einfach nochmal gucken. Keine Ahnung, das war Kurt Mondrang. Ich musste hoch. Ein Kornel. Weißt du was? So. Walli? Ja, ich hänge fest. Also. Ich wollte schon sagen, ist das jetzt Moonwood? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Scheiße. Der hat sich unter mir gesetzt. Ich bin nur ein extra fisch. Rette dich. Na, mach mal. Carlos greifen mich doch nicht mehr an. Krass. Wie? Was machst du da in der Erde? Ja, der kleine Drache. Der kleine, äh. Ach, hätte ich mal dann gesagt. Der Kleine hat mich noch angegriffen. Ja, und deswegen musst du dich so klein machen? Du siehst aus, als hälst du jetzt unter mir geschlagen. Ach, jetzt bin ich abgestiegen. Ach, toll. Also seid ihr oben bei dem Berg? Ne, durch diese kleine Schlucht sind wir jetzt gerade durch. Hier war so eine Schlucht. Und haben noch keinen Affen gefunden. Ne. Schluchtenjodler. So was Affisches, ey. Ja. Ui, Karno. Karno fahren. Äh, nein, nein. Na, ist okay. Karno fahren. Jetzt komm her, du blöder Karno. Lass dich fressen. Über den Stein würde mein Viech gar nicht mehr wegkommen, ey. Komisch. Ja. Also Regen erinnert mich immer daran, dass man noch mal vielleicht was trinken könnte zwischendurch. Ja, da hat mich gerade daran erinnert, dass ich meine Flasche erfüllen kann. Was essen ist schlimmer. Schwere Rissen. So, da gucken wir mal. Da ist eine Schlucht. Ich hab euch nicht mehr verloren. Ich, ich wurzel mich ja mit zwei Prontos. Ich hab mich gerade mit vier Triceratopsen gewurzelt. Und die Bäume hier frei machen. So. Mal kurz das andere hinsetzen hier. Oh. Levelstieg. Nur da drin trümpeln, ey. Weil ich die ganzen Bäume wieder mit mir lebe. Damage 625,8, dass du auf der drüben bist. Was reichen beim Rex? Wie viel? 600? 625. Na, bei dem muss ich noch ein bisschen was, öff, öff. Stamina geben. Dann doch mal gerade die Hälfte jetzt. 300 noch was. Oh, wir kommen zum Strand. Ihr seid beim Strand. Ich nicht. Äh, Toffi, wir sind bei dir. Hm. Hm. Ach so. Da konnte ich eben nicht sehen. Weil ich das... Bildschirm von der... ...Posientar auf hatte. Wir sind vom Strand. Ähm, auf der Korte lugen. Ach, hier sind wir. Lat 20 und äh, Long... 60. 20, 63. Na, bin unterwegs. Ich bin jetzt gerade bei... 40. Äh. Lass uns mal in die andere Richtung gehen. Toffi Ballert. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na komm, komm ja drüber. Ernsthaft, da kommst du unbedingt den Stein drüber? Was willst du mich jetzt verarschen? Ach so, der Boom hatte ich gleichzeitig noch... Ist in Ordnung. Passt schon. Ach, wusstest du, dass der Rex schwimmen kann? Nein. Okay. Bahn frei, Kartoffel frei. Morgen kommt ein Osterei. Was? Was ist das? Löffel ab? Ja, Mist. Ups. Oh, 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 oh. Kommst du vorbei, Toffi? Ob ich den allein nicht schaffe? Ja, ich komm vorbei. Ich hab nur mein Level gehabt gerade wieder. Ach so. Ich glaub, ich möchte hier einen Umweg machen. Ich seh ja nämlich gerade so einen Kanu, der so eine rote Aura hat. Ui. Jaja, so einen Alpha-Kanu. Ey, wir laufen jetzt Richtung... Long 70. Aber ich muss sagen, das ist aber richtig... Die Hörner, ne? Die sehen so episch aus. Ja, da bin ich gerade. Alter, sieht das viel geil aus. Wie sieht das eigentlich aus, wenn der Elefant schwimmt? Da hat ein Rüssel nach oben. Ja. Hat ein Rüssel nach oben, genau. Guck. Tja. Ey, der Hai ist echt selbstbewusst gefährdet. Greift ein Landsäugetier und zwar ein Rex. Also der Kanu hier, der Alpha-Kanu macht gar nicht. Okay. Oh, ernsthaft jetzt? Au. Du musst aufpassen nicht mehr mit meinem Kopfhörnerabzieher. Mal krach machen, ne? Ja, auch. Ich bin angekommen. Ich bin tot. So, Stamina. 1155. Oh. Reitet ihr da im Schnellgang, oder was? Ja, auch nur, um dir den Weg zu ebnen. So. Ui, was ein Grafik-Backkräuter. 1250. Warte. Ich muss sagen, der Kana ist unter Wasser richtig, richtig schnell. du meinst das biene meine stoffmann in jetzt fast 71 ich bin grad ja auch in 70 am strand rennen wir über die dodos drüber finden ich sehe gerade eine da ich glaube ich weiß wo ich gerade wieder bin ist es jetzt wirklich rüber rennen tut so laut manchmal zu laut steht ihr euch auch nicht das jetzt nicht wahr ich bin im kreis gelaufen da vor mir So, so ein bisschen. Wow! Schildi! Schildi! Jetzt weiss ich aus was die Bäume hier bestehen. Was hast du denn da zerlatscht? Erwischt! Ist doch blöd, dass wir noch keine Affen hier gefunden haben. Ich kann mir schon vorstellen, wo welche sind. Ich sehe überhaupt nichts. Wo seid ihr denn immer? Immer am Strand. Weiter am Strand lang. Ach, hier geht's auch. Jetzt bin ich zwar schon mal lang gerannt, aber noch was weiß. Das passiert, wenn man im Kreis rennt. Wie kann man nicht rumlaufen? Doch, eigentlich schon. Aber die sterben nicht sofort. Oh, oh. Kann ich da runter springen? Nee, ich glaube dann das Exitus. Wollen wir gleich da rüberschwimmen? Was zu der... zu der Insel dann? Nee. Das werden wir von der Zeit nicht mehr schaffen, weil Tufi muss ja dann gleich weg. Nein, in Folge können wir noch. Nach der Folge, ja. Ja. Ach so. Wollen wir trotzdem rüberschwimmen hier? Ja, hier rüber. Da ist doch ein bisschen weit. Ach, das seid ihr dort oben bei der Insel in der Nähe. Ja. Ich kann mit dem Fluss gerade lang geraten. Geht der unter? Nee. Ah, das sieht schon cool aus, wenn... wenn du hier mit dem Rex durchschwimmst. Ah, du blödes Vieh. Hör doch mal ab hier. Kann aber nicht wahr sein. Du wirst eben halt mal überrannt. Der Rex braucht auch Luft, doch. Wow. Ja. Wer wird angegriffen? Ich. Von zwei. Ich auch. Von hinten. Kannst du helfen, oder? Von hinten. Ach du, oh oh. Oh oh. Ach du Heimat. Oh Gott, das wird ein Kampf. Ähm, Alpharex. Gegen Spino. Okay. Und der Alpharex, der teilt ordentlich aus. Toril, bei dir sind ziemlich viele böse. Bei mir? Bei mir. Ach so. Aber ich trau mich jetzt grad gar nicht. Versuch an Land zu kommen, Tufi. Kannst du dir was helfen? Was läuft denn da hinten so schnell? Löwen, oder was? Äh. Äh. Säbelzahntiger, ne? Ich bin schon wieder am Level gestiegen. Was nehme ich? Stamina? Boah, da verfolgt mich nicht. Hab ich eine Sahne. Ich werde mal Stamina nehmen. Oh, Level up. Ausdauer. Oh, Knochen. Knochen? Oh, droppen manchmal die Viechen. Okay. Rezept. Oh, noch ein Rezept. Kommt mir ein... ...unbekannt vor. Ja. Nur noch Fleisch. Naja, schmeißen wir den Rest weg. Ah, blöder. Tritzeratops, Alter. Das ist da. Da vorne läuft ja zum Glück Fleisch. Frischfleisch. Ja, ja. Mein Rex hat ja jetzt nichts mehr. Ach so? Ich habe alles weggeschmissen. Na gut. Wollte der Kno dich kratzen, die Rentoffel? Ich fasse es nicht. Wollte, ne? Wollte. Hast du hier einen super Begleitschutz? Das stimmt allerdings nicht. Oh, links ist noch ein Kno. Ich muss mir unbedingt mal einzähmen. Ich mag die Kno's auch, die sind auch ziemlich geil. Ein Krokodil. So, ich bin jetzt am Strand. Das ist an der Höhe der Insel. Das hat diese kleine Lagune da drinnen und da... Da ist gerade so ein Drop-Up. Drüben bei der Insel gibt es noch eine Wasserhöhle. Ja, Drop-Ein-Pinkfarb noch. Ja. Ich sehe dich auch. Mal gucken, ob ich es schaffe, das Ding zu holen. Necron-Folgen, Alter. Necron-Folgen, Alter. Ja. So, das war es natürlich für uns erstmal heute. Äh, ich würde sagen, Schadebogen wieder ein, wenn es wieder heißt. Ark Survival Evolved. Mit den üblichen Verdächtigen. Und ich würde dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann, wir sehen. Tschüss. Tschau. Ciao.